so Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde The Binding of Dear Isaac Wroth of the Lomb ich muss kurz wieder nach vorne wir spielen heute Magdalena hat am Anfang ein Jummy Heart das man einsetzt kann um ein Leben zu bekommen oh Gott, so lange war ich nicht mal fast, er hat mal gespielt so ist jetzt gerade ziemlich weit weg vom Display nehmt mir schon dein Herz ja, ähm Nachteil an Magdalena ist, sie ist langsam hat nicht so viel Stärke hat halt viel Leben und sie haben mir halt irgendwie bekommt zwei Leben dazu nee, ein Leben dazu hält sie ab ja, das ist ganz praktisch hier mit, ähm Magdalena zu sagen, wir können jetzt gerade in die nächste Ebene, dann spielt hier eh nichts mehr, also wiii und wir spielen gegen den, einer der Reiter die wir, nachdem wir Mammesiegt haben, freigeschaltet haben von diesen Reitern bekommen wir den Cube of Meat ja, blöd ist Vieh ja, blöd ist Vieh blöd ist Vieh, immer noch, immer noch, immer noch geh weg von mir, blöd fliegen, muah so ja, so, zum Schlangen hat sehr viel Leben sieht man glaube ich auch oben ja, okay, ich mach halt kaum Schaden so, erstmal die Fliege da hinten kaputte ich mach halt wirklich sehr wenig Schaden, also wenn man das als Schaden bezeichnen kann so so, ganz am Schluss noch der Kopf übrig, der uns bespuckt mit 3 herein wenn ich auch ganz billig gehen wir bekommen das Book of Revelations freigeschaltet als Appearment haben hier zwei Leben, setzen unser Space ein bekommen ein Leben und haben den Cube of Meat der um uns schwebt und ja, Schuss auffängt wenn sie den Cube of Meat treffen würden und wir sitzen ohne Klopapier auf der Toilette da, 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 da bamm, bamm, bamm was noch fliegen, ich hasse euch das war gerade Glück von unserem Cube of Meat kommt noch ein Leben eine Kiste mit einer Pille die ich aktiviere und wir kommen Ball of Steel 2 Leben ich weiß nicht gerade wirklich ob man hier in der Aufnahme hört dass mein Mikrofon besser ist ach ja, genau, ähm, normal startet halt ein Charakter immer oh Gott, die Taste hängt normalerweise startet ein Charakter immer mit einer Bombe einem Schlüssel oder was auch immer Mathelina startet mit gar nichts also wirklich gar nichts, rein gar nichts noch nicht mal ein Schlüssel noch nicht mal eine Bombe noch nicht mal eine Münze aber again startet glaube ich mit einer Münze und ähm Judas werden wir vielleicht auch nochmal gucken ob wir den freisch halten könnten wenn wir mal am Start besiegen würden wir brauchen unbedingt Laufspeed, hey, wir sind so langsam dran Pew 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 Hier gibt es noch Münzen massenhaft an Kohle und noch mehr Kohlchen Ich hab schon erwähnt, dass die Viecher hasse. Ich glaube, ich hab schon mal erwähnt, dass die Viecher hasse. Wasse, wasse. Komm, meine Pille, die... Bad Trip, ja, macht uns Schaden. Ich sag mal, das schaffende, ohne ein Leben zu verlieren. Ach, ihr belieben Viecher. Ruck, du, 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 du. Ähm, wir haben ja bald noch für den Bosskampf, wenn er ansteht. Wir brauchen einen Schlüssel. Majestät, wir brauchen einen Schlüssel. Ne, 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 du machst uns hier nichts. Juh, juh, juh. Äh, wieder eine Stunde muss umlautschen. Oh, oh, oh. Los. John, ein Ball, hey. Jo, wir haben hier wieder ein bisschen Leben. Haben eine Münze, aber hey. Also, ob wir da viel oder lange durchhalten. Ohne Schlüssel, ohne gar nichts. Na ja, na ja, na ja, na ja. Ich magst du bezweifeln. Zweifeln. Zweifeln, zweifeln. A, B, C, Y, Y, X, Axie, oh my God. Einmal hier aus dem Raum. Und einmal da rüber. Ich hoffe mal, nicht überhaupt, weil sonst die Aufnahme voll im Arsch. Aber ich bin gegen Leroy Junior, Leroy Juniorito. Also, mia, 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 mia. Bien, très bien. Und wir sind, oh, gedacht, wir werden jetzt hier wieder eingekaschelt von denen, ey. Das ist aber unverschämt. Oh, ein Unverschämter. Das kann man nicht wiederholen. Das ist einfach nur unverschämt. Hallo, komm schon, kleiner Jerry. Larry, Jerry, Mary und... Was ist denn der Scheiß? Ich bin viel zu nah an dem Vieh dran, ey. Piu, piu, piu. Oh Gott, wie viel Leben die Scheißen noch hat, ey. Das ist eigentlich ziemlich egal, ob wir jetzt hier Leben verlieren, denn wir haben ja eh hier, massenhaft. Wollt schon einfach rein in den Typ. Ich hoffe, alles voll zu kappen. Das ist nicht gut für deine Mutter. Du musst das alles nachher aufbauen. Wir bekommen wieder ein Lebens-Upgrade. Und können gar nichts machen, außer in die nächste Ebene zu gehen. Ja, sind schon Ebene 3. Ebene 5 ist Marm, also zweitletzte, äh, oder? Drittletzte, glaube ich. Da kommt noch eine Ebene und dann kommt, dann kommt Marms Heart. Das ist neu. Wenn wir Marms Heart besiegen, haben wir Marm wirklich das erste Mal besiegt. Das habe ich nochmal geguckt. Da wir, da ich, da wir, da wir in der, äh, oder? Da ich in der letzten Folge, ja, ich verspreche mir irgendwie so oft in Let's Play, da haben wir schon so voll den Hänger in der Fresse drin, ey. Der Justiz bringt uns Items. So, nehmen wir mal. War gerade auch nötig, dass wir das aufsammeln, aber egal. Yo, Cube of Meat Power. Das war jetzt nicht. Cube of Meat ist auch nicht. Oh Gott, 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 oh Gott Fliegen, fliegen, fliegen sind nicht gut. Die tun da auch nicht gut. Oh Gott, der ist so ein langsames Vieh und der latscht mal sowas von rein. Hallo. Find mal Space. Willkommen in Zucker, wieder zwei weitere Leben und ein halbes Leben aufgefüllt. Wir brauchen aber Schaden, meine Damen, Mademoiselle, wir brauchen Schaden. Lies Schatten. Geh nächste Ebene, wir können eh nichts machen. Ich bin eigentlich immer so der Typ, der, 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 der lieber gleich eine Ebene weiter stürmt, als da zu warten und ein paar Ebenen zu machen, ohne irgendwelche zu sehen. Ey. Ey, Monchito. Ist aber nichts sehr nett. Ich klein mal Anregen auf und ich glaube, ich bekomme gerade einen Krampf in die Hand. Mein Gamepad verschleift. Au. So. Auf, guck, 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 guck. Ähm. Zappidi, zappidi, zapp. Ich bin gerade ziemlich ruhig. Ich bin gerade zu konzentriert, weil überall könnte eine Mardie wieder rausschießen. Guck, 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 wenn wir machen so wenig damage, können wir einfach nur ganz so viel leben. Und das ist eigentlich auch der Sinn von Magdalena, aber... So viel Damage, das... Die sind so unglaublich, wir machen so viel Damage. Wir könnten jeden Boss mit einem Schlag KO machen. Machen wir aber nicht, weil wir gar kein Damage machen. Oh, drei hintereinander auf... Oder zwei, einer hat ja überlebt. Dank eines Computerprogrammfehlers. Ich glaube, nach zwei Stunden werden wir es irgendwann schaffen. Alter, die aufnehmen geht schon zehn Minuten. Egal, man schaltet kurz den schnelleren Kopf raus. Okay, eine Marde machen wir auch noch. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Ja, nachdem wir dieses Hundefutter genommen haben. Und hier runterspringen. Bis... Ja, kurz noch den Part. Wir werden angeschissen, wisst ihr jetzt. Und bis zum nächsten Part.